Musik Moin Leute, ich habe ja schon ziemlich lange keinen Aufstrich mehr gemacht, also es wäre mal wieder an der Zeit und ja, vor kurzem kam auch ein Wunsch rein, wo ich dachte, ja das könnte vielleicht einer werden und zwar war der von Hinkelmann-Lindern ja, uns hat sich etwas gewünscht mit weißem Boden Bananen und Kakaopulver und ja, das Rezept habe ich noch nicht getestet, also ich bin gespannt, ob es funktioniert los geht's so, die Bohnen haben wir jetzt schon mal vorbereitet das heißt, ich habe sie 12 Stunden in kaltem Wasser eingeweicht und dann ca. 30-40 Minuten gekocht natürlich in salzfreiem Wasser das ist jetzt eine Vierteltasse Rohrbohnen, also gekocht, ungefähr 150g das ist natürlich eine ziemlich kleine Menge, die ihr da zu kochen habt deswegen könnt ihr das so machen wie ich ich habe einfach eine ganze Tasse abgekocht und habe sozusagen ein Viertel davon abgenommen und den Rest werde ich einfach später zu einer Suppe verarbeiten denn sonst ist es ziemlich verschwenderisch, den Herd für so eine kleine Menge Bohnen ja, 14 Minuten laufen zu lassen wenn die Bohnen dann gar sind, solltet ihr sie auf jeden Fall abkühlen lassen und dann könnt ihr sie an ein höheres Gefäß geben dazu kommen jetzt noch 100g Margarine eine Banane 3 Teelöffel Kakaopulver und 3 Esslöffel Zucker und das Ganze müsst ihr jetzt nur schön fein pürieren so, da könnt ihr noch ein bisschen schokoladiger sein deswegen mache ich jetzt nochmal 2 Teelöffel Kakao dazu und es könnte noch ein bisschen süßer sein also gebe ich nochmal 1 Esslöffel Zucker dazu so, und schon habt ihr eine schöne Schokoladencreme die wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen fest werden wenn ihr die in den Kühlschrank stellt durch die Margarine einfach und ihr könnt natürlich beim Kakao und beim Zucker variieren wie ihr möchtet also es noch ein bisschen süßer machen oder weniger süß so, probieren wir das Ganze mal auf Brot also, das könnte für mich wirklich noch süßer sein also wahrscheinlich noch 1-2 Esslöffel Zucker mehr aber ansonsten finde ich schon lecker vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Kakao aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen Geschmackssache ja, also leckerer Aufstrich auf jeden Fall und mit den weißen Bohnen auch ein bisschen was Besonderes und ja, vielen Dank an diesen Zutatenwunsch an Hinkelmann Linda und ja, euch wünsche ich wie immer viel Spaß beim Nachbrochen und bis zum nächsten Mal Tschöö! Tschöö!